SVS Power Tool Der Vorstand Die Spieler Der Trainer Die Fans Musik 24 Stunden Eine ereignisreiche Woche beim SV Sandhausen Gerd Deiss hat das Ruder in Sandhausen wieder übernommen Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Dresden Abos, BKS, Bosch, Fein, Festol, Proxon Makita, Metabo und vieles mehr Werkzeug für den Mann Entenmann Werkzeugshop Auch für uns ist was dabei Einfach online bestellen www.entenmann-werkzeug-shop.de Oder direkt in Heidelberg Bahnhofstraße 41 Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz Am heutigen Donnerstag Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag Bei Dynamo Dresden Ganz herzlich Willkommen Gerd Deiss und die Vertreter der Presse Wir haben heute eine Neuerung Deswegen will ich das kurz vorstellen Wir sind heute zum ersten Mal live mit unserem SVS Radio Dabei Jochen Kadel dafür verantwortlich Ist hier vor Ort Wir werden das also dementsprechend gestalten Heute Dass zuerst die Pressekonferenz abläuft Danach die Fragen der anwesenden Journalisten Und im Anschluss werden dann noch ausgewählte Fragen Weil alle können nicht beantwortet werden So wie es ja Jochen Kadel gesagt hat Werden eben Fragen der Fans Die im SVS Chat gestellt werden Hier an Gerd Deiss oder auch an mich weitergegeben Und dann eben auch entsprechend beantwortet So Gerd Herzlich Willkommen Vor zwei Tagen hatten wir schon mal Pressekonferenz Mittlerweile sind drei Trainingseinheiten vergangen Wie ist der erste Eindruck der Mannschaft für dich? Der erste Eindruck der Mannschaft ist sehr positiv Sind alle Spieler 100% bei der Sache hoch konzentriert, engagiert So wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe Und es läuft eigentlich so ab, wie ich das geplant habe Und bin eigentlich sehr positiv gestimmt Im Hinblick auf das Dresden-Spiel am Sonntag Du hast angekündigt, dass du in erster Linie Viele Einzelgespräche führen wirst Um einfach dort vielleicht auch zu analysieren Wo die Problematik hier in der Mannschaft liegt Jetzt hast du knapp 72 Stunden Zeit gehabt Erste Gespräche zu führen Ist irgendwas Besonderes rausgekommen? Neue Erkenntnisse für dich? Gut, ich denke Man sollte ein abschließendes Urteil erst dann fehlen Wenn man mit allen gesprochen hat Oder sagen wir mit einem Großteil der Stammspieler Aber es hat sich doch schon das eine oder andere herauskristallisiert Wo ich den Hebel ansetzen werde Aber ich denke Es wäre jetzt halt vor früh da schon erste Ergebnisse bekannt zu geben Jetzt ist natürlich am Sonntag bei Dynamo Dresden Aus vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spiel Zum einen, wenn man sich die Ergebnisse der Nachholspiele Letzten Tage angeguckt hat Und heute auf die Tabelle schaut Dann glaube ich, weiß man, was die Uhr geschlagen hat Jetzt ist es so Du warst vor knapp über einem Jahr Mit SV Sandhausen sehr erfolgreich in Dresden Und zwar am 8. August 2009 Endergebnis war 3 zu 0 Zwei Tore Regis Dorn Ein Tor Daniel Jungwirth Für das Wochenende haben wir im Endeffekt alles so geplant Wie es auch damals war Gleiches Hotel, gleicher Ablauf mit Training Am Samstagmittag in Nürnberg Selbsterfüllende Prophezeiung Das ist sicherlich ein Thema Mit dem wir uns alle beschäftigen müssen Und was sicherlich auch die Mannschaft In den letzten Wochen und Monaten Im Negativen beeinflusst hat Glaubst du, dass es ein gutes Omen ist Dass wir am Sonntag nach Dresden fahren Mit dir an der Linie als erstes Spiel Und alles so ist, wie es war Kommt dann auch das Ergebnis genauso? Es wäre natürlich schön Wenn unter dem Strich drei Punkte stehen würden Das Ergebnis muss ja nicht unbedingt 3 zu 0 sein Aber ich denke, so einfach ist es nicht Wir müssen schon noch in den verbleibenden Trainingseinheiten Hard daran arbeiten Und am Sonntag dann auch erfolgreich in Dresden bestehen zu können Und ich denke, im Vorfeld war ja auch klar Dass die Mannschaften, die wo ja noch unter uns gestanden sind Das war ja weder Bremen und der FC Bayern München Ihre Punkte holen werden Und so sind wir natürlich jetzt nochmal einen Platz abgerutscht Aber ich denke, jetzt sollte auch jedem klar sein Um was es geht, was gefordert ist Auch wenn die Ergebnisse jetzt am gestrigen Mittwoch und am Dienstag Für uns nicht positiv waren Ich denke, dass jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat Und sich dementsprechend dann auch auf dem Platz präsentiert Letzte Frage in Bezug auf das Spiel am Sonntag in Dresden Wird es taktisch eine neue Ausrichtung geben oder was planst du? Und ich denke, auch hier ist es noch jetzt am Donnerstagnachmittag zu früh Wir haben ja noch drei Tage bis zum Spiel Wir werden jetzt in den verbleibenden Einheiten noch das eine oder andere ausprobieren Aber in erster Linie, das haben wir auch schon Anfang der Woche angesprochen Müssen wir schauen, dass wir in der Defensive gut stehen Weil mit 39 Gegentoren, das ist absolut zu viel Da gilt es den Hebel anzusetzen Und da sind nicht nur die Abwehrspieler gefragt Da ist das ganze Team gefragt Das hängt vorne im Sturm an und hört beim Torhüter auf Gerd, vielen Dank für das Erste Gibt es Fragen von der Presse? Herr Leis, Sie haben gesagt, Sie haben schon mal mit der Mannschaft gesprochen Es ist so ein Ungefähr, wo der Hebel anzusetzen ist Wurde aber nicht so viel gefragt Aber kann man so eine Richtung sagen? Hat die Mannschaft Ihnen ja irgendwie mitgeteilt, warum es jetzt nicht so gut lief? Hat sie gesagt, da haben wir nicht so gut mit dem Adler zusammengearbeitet Oder da haben wir gerne eine Erinnerung Kann man irgendwas dazu sagen? So einfach ist es nicht Zumal, wie gesagt, die Zeit ist ja relativ knapp Ich habe jetzt noch nicht mit allen gesprochen Ich habe ja gesagt, ich suche mal jetzt mal die Spieler nach und nach raus Und es ist natürlich auch klar, dass die Spieler sich da noch ein wenig bedeckt halten Da muss man Vertrauen aufbauen Es ist ja nicht so, dass da ein neuer Trainer kommt Und das war unterm alten Trainer schlecht Und man ändert es dann ab Und auf einmal läuft alles wieder wie von selbst Ich denke, da bedarf es doch noch einiger Zeit, einiger Trainingseinheiten Aber je früher, dass wir das hinbekommen, je besser ist es Und unser Blick gilt natürlich ganz klar dem Spiel am Sonntag in Dresden Wie hat die Mannschaft den Trainerwechsel aufgenommen? Gut, ich denke, mit denen, die ich gesprochen habe, haben wir das positiv gesehen Aber wie gesagt, der Kader beträgt 27 Spieler Und ich konnte nicht mit allen sprechen Aber ich denke, es ist ja, so wie es jetzt wahrscheinlich bei dem Wechsel von mir zum Frank Leicht Dann Frank Leicht, Pavel Dotschef war Es geht ein Druck durch die Mannschaft Und das erhoffe ich mir natürlich auch Dass sich jeder nochmal neu positionieren kann Neu positionieren will Auch die, die jetzt im Moment nicht so zum Einsatz gekommen sind Und Konkurrenz belebt das Geschäft Leistung wird honoriert Leistung bedeutet Einsatzzeiten Und daraufhin werden wir letztendlich dann auch die Aufstellung Oder werde ich dann die Aufstellung für den Sonntag dann tätigen Wird es Änderungen im Kader geben? Es wird sicherlich Änderungen geben Weil zwei Spieler sind ja gelb gesperrt Das kann ja also schon mal bekannt geben Dass da zwei frische Spieler dann auf dem Platz stehen werden Aber sonst ist es auch noch, denke ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt zu früh Da schon Stammplatzgarantien auszusprechen Es gab viel Kritik um den Torwart Wie soll die Torwartfrage geregelt werden? Gut, wenn ich einen Torwartwechsel in Betracht ziehen würde Dann würden drei andere Torhüter zur Auswahl stehen Das wäre der Julian Böttcher Der Daniel Ischtern hat Und der Frederik Löhr Aber auch hier warte ich jetzt noch mal die Eindrücke ab Und wenn dann letztendlich morgen am Freitag eine Entscheidung fällen Wer die zwei Torhüter sind Wer dann am Samstag mit sich in den Bus begeben Richtung Dresden Dann gebe ich das Mikro an den Jochen Kartl Für die Fragen der SVS-Fans im Radio-Chat Ja, wir hatten ja schon im Vorfeld Fragen gesammelt Die erste Frage wurde von Gerd schon beantwortet Wer steht am Sonntag im Tor? Quasi nicht beantwortet ist die Antwort Wir warten also die Aufstellung ab Ob Jeff Konetzki im Tor ist oder wer auch immer Aber dann habe ich noch eine Frage Die mich erreicht hat Und zwar wurde gefragt Wenn der SV Sandhausen absteigt Bleibt der Gerd da ist dann weiterhin nächste Saison in Sandhausen oder nicht? Ich glaube es wurde am Dienstag mal angesprochen Aber scheinbar hat es jemand nicht mitbekommen Gerd, wie sieht es aus? Sollte der SV absteigen? Gut, das Hauptaugenmerk gilt natürlich jetzt Den verbleibenden 14 Spielen der 3. Liga Und anderweitig wurde jetzt noch nicht gesprochen Betreffs 3. Liga, Betreffs Regionalliga Ich denke, wir sollten jetzt die Kräfte bündeln Und uns die nächsten drei Monate Auf die verbleibenden 14 Spiele konzentrieren Und uns jetzt nicht Gedanken machen Was denn das Saison 2011, 2012 sein wird Dann noch die Frage von den Abfahrtszeiten Wann die Mannschaft losfährt Ob nochmal zwischendurch trainiert wird Wie das Wochenende, Samstag, Sonntag aussieht Wie das Ganze geplant ist Dann kann ich dir auch was zusagen Geplant ist, dass wir am Samstagmorgen um 9 Uhr Mit dem Bus aus Sandhausen abfahren Werden 11.30 Uhr, 11.45 Uhr in Nürnberg sein Am Pfalzener Weiher werden dort von 12 bis 13 Uhr Das Abschlusstraining absolvieren Danach werden wir dort zum Mittagessen Und anschließend weiterfahren nach Dresden Und ca. 18 Uhr in Dresden sein Wobei die Polizei hat uns ja auch hingewiesen Dass am Samstag in Dresden große Demonstrationen sind Dort werden mit ca. 25.000 Demonstranten Wird dort zu rechnen sein Das heißt auch dort wird es Verkehrsbehinderungen geben Dementsprechend kann es natürlich sein Dass wir vielleicht auch ein bisschen später ankommen Allerdings ist es geplant, dass wir am Samstag um 18 Uhr In Dresden im Hotel ankommen Und dann ist am Sonntag dementsprechend um 14 Uhr Das Spiel in Dresden Dann kommt jetzt noch die Frage Wer wird Kapitän sein am Sonntag? Ändert sich da was? Oder bleibt es erstmal beim Alten? Beziehungsweise es war ja am Samstag Letzten Samstag Roberto Pinto Kapitän Ist natürlich noch abhängig von der Aufstellung Wer wird die Kapitänsbinde tragen? Auch diese Frage kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Natürlich nicht abschließend beantworten Der Frank Löning ist ja der Kapitän Hat er jetzt am Wochenende nicht gespielt Der Roberto Pinto war Kapitän Und auch, wie gesagt, die Kapitänsfrage Ist zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht Noch nicht zu beantworten Ja, mehr Fragen liegen mir jetzt im Moment auch nicht vor Ich glaube, soweit ist auch alles geklärt Dann bedanke ich mich mal bei allen Hörern beim SVS Radio Und gebe nochmal kurz an den Tobias Und sage danke und bis zur nächsten Pressekonferenz So, Jochen auch, danke Ich denke, ein toller Service Premiere heute Pressekonferenz Dann vielleicht beim nächsten Mal noch mehr Fragen Aber ich glaube, wir haben ja dann heute alle Fragen beantworten können Das ist eine gute Geschichte Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit fürs Kommen Wünsche noch eine angenehme Woche Und bis am Sonntag dann in Dresden Würzburg Radio Produziert Ihr Firmenradio Ihr Firmenradio wird präsentiert www.entenmann-werkzeug-shop.de Oder direkt in Heidelberg Bahnhofstraße 41